Heute ist ein großer Tag für den FC Bayern. Ich bin sehr stolz und sehr happy, dass wir heute diese FC Bayern World eröffnen durften. Leider im kleinen Rahmen, aufgrund der Pandemie. Ich glaube, das ist ein einzigartiges Projekt in der Sportwelt. Sowas gab es noch nie. Also ich bin absolut beeindruckt. Es ist wirklich fantastisch, das zu sehen. Es geht los, die Lage ist hervorragend, das Gebäude und dann die ganze Darstellung des FC Bayern München. Das ist echt toll. Ich bin schwer begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist wirklich eine FC Bayernheimer, die wir jetzt hier in der Innenstadt haben, an prominentester Stelle. Ich muss offen und ehrlich sagen, ich kann allen, die an diesem Projekt mitgearbeitet haben, nur ein großes Kompliment machen. Toll. Toll gearbeitet. Was wir versucht haben, ist auf 3.500 Quadratmetern ein Multikomplex darzustellen, der 24-7 lebt. Wir haben hier einen Flagship-Store. Auf der einen Seite auf über 1.000 Quadratmetern. Auf der anderen Seite haben wir ein internationales Restaurant, ein bayerisches Restaurant, die sogenannte Gastwirtschaft. Wir haben ein kleines Hotel im Launch-Bereich oben. Und alles miteinander kombiniert ist die FC Bayern World. Und wir sind sehr, sehr happy, dass wir das heute im kleinen Rahmen eröffnen durften. Also ich finde es ein absolut überzeugendes Schaufenster für den FC Bayern München. Der FC Bayern München ist ja auf der einen Seite in München daheim, aber in der Welt zu Hause. Und diese FC Bayern Welt spielt genau wieder dieses. Auf der einen Seite die Heimatverbundenheit, aber auf der anderen Seite die Internationalität. Es hat eine große Bedeutung. Mein Kollege Jörg Wacker, der ja für das Merchandising und damit für die ganzen Fan-Devotionalien zuständig ist, hat lange geschaut, ganz einfach nach den passenden Objekten und wie das jetzt umgesetzt wurde. Das würde ich sagen, ist FC Bayern-like. Und ich glaube, alle Fans, die dann herkommen, werden sich wohlfühlen. Es ist einzigartig in der Sportwelt und zeigt auch wieder mal die Vorreiterrolle des FC Bayern. Ich glaube, das Schöne an der ganzen Sache ist, im Herzen von München, im Herzen von Bayern, in Deutschland, aber gleichzeitig auch mit einem globalen, internationalen Flair. Und ich glaube, gerade diese Kombination, die macht es einfach aus. Der FC Bayern ist ein bayerischer Verein aus München mit den Wurzeln hier in München, aber auch ein weltoffener, ein globaler Verein mit Fans auf der ganzen Welt. Und ich glaube, genau das ist das, was wir versuchen durch diese FC Bayern World zu transportieren. . Bis zum nächsten Mal.